Diesmal muss ich es gegen Cammy machen. Jetzt bin ich mit 5-5 rausgegangen. Wir wollen ja 6-4. Oh nü. Der Superarmor macht seinen Job. Knochen. In dieser Range, viele Attacks können connecten wenn du etwas rauskriegst. Der Neutral ist sehr wichtig. Der Grab missen. Er hat den Knochen. Er geht um ein Projekt zu versuchen, um zu verändern. Das ist alles, Mann. Oh, nö, ne? Autsch. Uff, harte Chris, jawoll, Street Fighter. Habe ich gerade die Knie gebrochen gekriegt, aber es steht 1-1, das kann ich noch drehen. Ne, 0-1, verdammt. Nice. Shit, das wollte ich doch machen. Uff, jawoll. Nein, oh, da hatte ich's noch fast. Jawoll, 1-1. This is the final round. Das letzte Rank-Match, bevor ich geratet werde. Ja, bitte, jawoll. Oh mein Gott, ja, da ist es. Oh, epischer geht es nicht. Da sind die Rank-Matches vorbei. 6 zu 4 bin ich gegangen. Fledgling, das ist mein Titel. Newcomer.